Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben heute Dienstag, es ist bereits der 8. Dezember heute schon und das heißt auch wir dürfen unser 8. Türchen von unserem Luchest Adventskalender aufmachen. Ich habe ihn schon hinten bereitgestellt, ich öffne mal schnell das Türchen und dann schauen wir doch mal gemeinsam hin, was drin ist diesmal. So, wir haben hier von Star Wars einen Plüschi. Jetzt schieß mich tot, wie heißt der? Ich bin etwas überfragt, Star Wars ist nicht so meine Materie, wie ihr wisst. Ich kenne den zwar, aber ich komme jetzt absolut nicht auf den Namen. Äh, ich weiß, dass es nicht R2-D2 ist, ich weiß auch, dass es nicht 3-CPU ist, ähm, B2? B2? Ich weiß es nicht. Jetzt müsst ihr euch unten in den Kommentaren schon gelesen, denn da schreibe ich euch ja immer den Preis mit drin. Und, ja, das war es schon für den Luchest Adventskalender heute. Wir schauen morgen rein, was das neue Türchen birgt und, ja, dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Und wir sehen uns natürlich morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.